Guten Morgen, Willkommen zurück zu meinem Freedom Strich Rissen 2D Let's Play. Wir machen jetzt direkt da, wo wir aufgehört haben. In, äh, wie ist die Map? Tricks and Traps, glaube ich was? Können wir täuschen? Ja, nein, ist definitiv Tricks and Traps. Mein Gedächtnis lässt mich noch nicht im Stich. So, läuft gut, ja. Nebenher habe ich gerade nur die Videosucht, die ich gemacht habe. Ruckt er weg. Egal, das soll uns jetzt stören. Oh, ruft ganz schön. Egal. Das war dann habe ich die Helligkeit dann weniger erhöht, weil einige Passagen recht dunkel aussahen in den Videos. Boah. Das Luft, haben wir saugen für sich. Egal. Ich wollte noch irgendwas sagen, was wollte ich noch sagen, das habe ich schon vergessen. Ich wollte doch noch was sagen. Äh, äh, ich hätte es mir aufschreiben sollen. Ah, ja, ich wollte noch sagen, das wollte ich schon am Anfang des, das war im ersten Video sagen. Ich habe es dann aber irgendwie vergessen. Das Ganze ist mehr oder weniger blind dran. Also, ich kenne zwar Doom 1 und Doom 2. Allerdings ist... Allerdings ist... Und... Was zur... Was? Wie? Hä? Äh... Was wollte ich jetzt sagen? Allerdings ist in Freedom die Welten anders aufgebaut. Das heißt also... Es ist im Prinzip blind. Also ich... Erstmal alles erschießen. Es ist immer gut. Und dann in den Teleporter. Gut entdeckt. Äh... Links. Links. Und... Ja, das ist immer richtig. Und da drüben sehen wir die Keycard. Und... Nein, Moment. Haben wir da nicht angefangen? Was da nicht der Anfang? Da war... Scheiße. Äh... Jetzt sind wir am... Ah, die können da rein. Ah, das ist schön. Das ist aber schön. Und da ist der Exil. Ah, den würde es reinkommen. Denn wir können uns nicht drucken. Nein. Das geht noch nicht. Das kommt als... In späteren Spielen. In Doom konnte man sie nicht drucken. Nicht hinkriegen. Nicht hinkriegen. Man kann im Prinzip nur laufen. Und schießen. Und springen kann ich noch. Aber das konnte man, glaube ich, im Originaldum auch nicht. Boah. So lange schon nichts mehr... Gespielt. Boah, wo habe ich das hin? Das muss ich. Was haben wir da? Das Originaldum. Man muss ja doch irgendwo haben. Hält man kann es bestimmt irgendwo im Internet gratis herunterladen. Irgendwo. Wird man das inzwischen können, denke ich mal. Wenn man... Wo muss ich denn hin? So wird er verlaufen. Äh... Da neu. Geht nicht. Also da neu. Ja. Und wir nehmen wieder Helme mit. Mein klar, weil hier ist oder keine fünf Helme aufsitzen. Ja, doch jeder oder nicht? Und... Und noch mehr Gegner. Und ich schieße voll vorbei. Wie immer. Erbsenssuppe. Äh, doch. Erbsen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sterben wir aus und das weiß man nicht, wenn man reinlauft. Oh, das sind noch mehr Gegner. Das kommt zu überraschend. Oh, ihr weg. Geht halt weg. Was habe ich euch denn getan? Kommt, tötet man jemanden. Kommt noch mehr. Habe ich denn euch getan? Geht weg. Mensch, da macht man nichts an. Spaziergang und dann kommen irgendwelche Typen eher, die an der Schießen sollen. Er wollen. Und... Komm ich wieder raus. Toll. Äh, kann ich da rein? Kann ich eine drehen? Und ich muss, ich muss da, da hin. Da kann ich. Da. Ja, toll. Kommt, kämpft wie Männer. Ich wirf da nur die Feuerbälle nach mir. Oh, nicht schon wieder. Ah, mit der Doppel geht es schön. Ah. Ei, ei, ei. Wie viel muss ich denn noch erschießen? Ich bin doch so ein friedlich bliebender Mensch. Ich schieße das so ungern auf, Leute. Hey, geht's da rein. Burg. Ja. Da gibt's auch schon Windows Vista und Windows 7. Wir müssen da rein. Da rein. Oder? Müssen wir da rein? Ja. So, noch mehr Gegner? Links, rechts. Links. Yeah, ich musste... Ich muss da rein. Oh, beidseitig. Ah, geht weg. Weg. Er... Mega-Streu und dann wird's so gereicht worden. Und... alt. Stich nicht mehr mit. Stimpack? Ja. Und jetzt müssen wir... Müssen wir... Nein. Hä? Hier längs? Da längs. Äh... Nein. Äh, sieht alles so gleich aus. Da lang. Da lang. Dann müssen wir doch... Ach, schon wieder. Tschüss. Ich hab' gesagt Tschüss. Mensch. Was hat die Karte? Oh. Was ist das? Bringt mir das was? Siegert Place, komm. Irgendwas. Äh, ich kann auch so rumlaufen. Oh, und Munition. Oh, Siegert Area. Gibt's ja noch was. Yeah, und... Eine unsichtbare Decke. Sieht aus, es wird zu rum. Aber extrem. Okay. Haben wir ein Siegert gefunden? Alles schlecht. Okay. Und die Gegner, die dadurch auftauchen, bitte... ...durch Siegert finden. Da brauchen wir jetzt doppels für Munition, wie wir gefunden haben. Das ist einer der Gründe, warum ich keine Siegert suchen soll. Und da ist nur... Pistolenmunition. Als ob die echt jemand benutzen würde hier noch. Ein außerschroffelnder Raketenmacher und Plasmagun. Was benutzt man denn das später noch? Und es geht weiter, glaube ich. Moment. Doch, ich glaube, jetzt nimmt er weiter auf. Ja, ja. Was ist da manchmal rumeiert, Frebs? Was war das? Nichts. Nur eingebettet. Nichts, nichts, nichts. Ganz viel nichts. Nichts. Was haben wir da oben? Da haben wir die... ...Rode Kikar. Die... Und... Wo sind sie? Ah, ich weiß, wo ihr seid. Ich weiß, wo ihr seid. Hallo! Ach, warum nenne ich überhaupt nicht jemanden rein. Ah, einfach die Doppelnäufigen genommen, hingelaufen und... ...voll in die Fresse. So, wo muss ich jetzt lang? Jetzt muss ich wieder da lang. Ah, sieht alles so gleich aus. Äh, da. Ganz zwei Krea... Wie auch? Kreativ damals. Und noch mehr Gegner. Also damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Und... Ja. Total Emunitionserschwindung. Und wir können... Moment, war der Ausgang da da irgendwo? Hier so. Elf, wenn du... Jetzt... Geh weg. Äh, wo war der jetzt? Wo war der? War der... Nein, dein Doktor. Und noch mehr Gegner! Yeah! Noch mehr. Noch mehr! Doppeläufig! Komm her! Yeah! Und die Schuss sind die Idioten. Und... Haben wir alles? Haben wir alles? Schauen wir mal da nach. Und noch. Sollst umfallen, wenn ich auf dich schieße. Mensch, das ist so schwer. Und das war's. Yeah, schaut. 100% Pils. Und ich nutze zwar überhaupt nichts, aber egal. Oho. Uuuuuh. Ich lasse mir immer reichlich Zeit, wie man merkt. Sehr reichlich. Sit pit. Pit, pit. Keine Ahnung. Ja. Ich kann kein Englisch. Ich geb's zu. Oder nicht viel. Und wir sind... Mensch. Hier ist auch jeden Tag dasselbe Wetter. Egal. Speichern. Speichern. Wir stehen. Ja. Wie?